Hihihi, das macht Spaß. Auch wenn da eigene Bein davor steht. Das eigene Bein. Jo. Man hat Spaß im Leben. So, was können wir hier nochmal? Telefon. Äh. Was ist das Ach, das ist ein Kreisel. Wie lange dreht er sich denn? Ha! Ja, es fällt mir ein. Das ist eine kleine Anspielung. Auf Äh, wie heißt der Film? Äh, muss ich noch kurz nachdenken. Mir fällt der jetzt nicht ein, aber es ging darum, dass man in die Träume anderer Menschen eindringte. Und die Hauptperson hatte so ein Kreisel mit. Und wenn er sich nicht aufhörte zu drehen, dann merkte er, dass er in meinem Traum drin ist. Aber wenn er aufhörte zu drehen, dann ist er ja in der realen Welt. Schick, schick. Wir sind also in meinem Traum. Jo. Popcorn. Zumachen. Einschalten. Yeah. Da haben wir gleich die zweite Aufgabe erledigt. Popcorn. Jetzt brauchen wir hier noch einen Dildo. Der müsste ja nicht am Frauenklo sein, wenn ich mich nicht recht entsinne. So, da geht's nicht draus. Das ist eine Tasche. Jetzt haben wir hier noch alles. Ha. Da ist er, du. Ja, das bist du. So klein. So, da geht's auch noch gleich lang. Öffnen und Popcorn. Lecker. Oh. Die eine Tür, die sich von alleine schließt. Warum kommt hier schon Licht durch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Ach, wir sind hier schon mal lang gegangen. Kommen wir auch nicht am Klo? Schade. Nö, Licht. So. Hier geht's wieder da rein. Da können wir in den Kreis gehen. Der schaue nichts vor. Oh. Oh. Ha. Ja, für alle Gäste und Zuschauer, die hier schon größer sind, können sich austoben. Hast du meinen Vibrator schon gefunden? Oh. Keine Ahnung. Ich kann hier nicht lang. Willst du einen Vibrator also haben? Ach, das ist die. Okay. Sehen alle so gleich aus. Okay. Dann brauchen wir noch einen Vibrator. Was haben wir da? Was ist der? Guck, guck. Ach. Die Saison ist mal hier hin. und schauen zu. Oh yeah, Baby. Mach weiter. Was? Das war's? Nee, noch nicht. Sehr gut. Weiter so. Oh yeah. Brrrr. Tut mir leid, wir haben keine Zeit. Wir müssen weitermachen. So. Game Room. Boom. Ah. Können wir nicht benutzen. Out of order. Schade. Zigaretten haben wir schon geholt. Ha, spielen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Wir haben eigentlich schon endlich, oder? Nochmal. Ich will eine, drei, sieben. Sieben? Och nö. Eine, sieben noch. Also, drei, siebenen. Na los. Sieben, 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 sieben. Sieben? Och nö. Der hält ja immer beim gleichen. Das ist Betrug. Betrug ist das. Minze einwerfen. Jo. Okay. Was ist das hier eigentlich? Ach so, das ist, ach so, das ist Poker. Äh, okay. Was haben wir denn hier? Ass, fünf, neun, fünf. Okay, wir haben ein Pärchen. Und Straße. Nee, das wird keine Straße. Austeilen. Hallo? Austeilen, austeilen. Okay. Hand und Hand. Genau. Hallo? Dann nehmen wir noch die... Das Ass. Immer noch nix. Dann nehmen wir das dazu. Ich kann nix machen. So, alle Hand. Geht auch nicht. Ich verstehe das Ding nicht. What? Ich verstehe das Ding nicht. Hallo? So. Geile Klamotten, Mann. Danke, aber es... Ich hab irgendwie so ne komische Hose an, aber ich kann nicht sehen, was ich an hab. Zumindest im Oberteil nicht. Hildiard. Ach, Mann. Fast getroffen, fast getroffen. Und... Äh, der schießt ja nicht mal präzise. Und... Da ging... Na los. Nein. Hey, Duke. Lust auf ne Runde Airhockey? Okay. Okay. Mal sehen, wer gewinnt. Nein. Und nochmal. Nein. Nein. Was ist das hier? Yes. Yeah. Komm. Ich verliere niemals. Ich bin der Duke. Nein. Nochmal. Los. Nein. Du scheiß Ding. Ach, das gibt's doch nicht. Zack. Yeah. Nochmal. Und... Zack. Nein. Nein, du kriegst kein Tor bei mir. Nein. Ach, Mist, ey. Oh. Ein Tor, das gibt's doch nicht. Ey, Duke. Gib's mir ja Mühe. Also. Drei weitere Tore noch. Ja. 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 Zack. Und... Zack. Yeah. So kannst du dich austricksen. Haha. Das macht Spaß. Yeah. Komm. Ich krieg dich. Ich besieg dich. Sag ich doch. Einmählich übernehme ich die Führung. Jihihi. Äh? Äh? Und... Genau. Jihihi. Ich muss doch... Zwei Tore kriegen. Dann bin ich in Führung. Ein Tor hab ich schon. Und das zweite Tor. Gutes Spiel, Duke. Ich bin echt scheiße. Yeah. Ich hab's geschafft. Duke, die heiße Braut in rosa steht auf mich. Riech mal an meinem Finger. An deinem? Es ist toll bei dir, Duke. Sehr stilvoll. Das ist meine Leidenschaft. Ich darf bei A noch nicht spielen. Du bist doch eine Runde A, okay. Und ich zu... Ich sag dir aber nicht. Was haben wir hier noch? Ich will das spielen. Nö, kann man nicht. So, was haben wir hier? Ah, Basketball. Diesmal krieg ich aber... einen Korb. Komm. Ich sag's nochmal. Ich bin der Beste in Basketball. Lögt der immer anders, oder wie ist das? Der Tüft nicht. Betrug. Komm schon. Das gibt's noch nicht. Ich will wenigstens einen Korb haben. Ja. Ballettbier. So, jo. Okay, so steuert es das Ding und... Los geht's. Ich habe ein Arsch. Nee, die erste Fall. Und nochmal. Äh, das ist falsch, das ist so gedruckt. Nö. Bin ich aber der Schlechteste? Nö, bin ich nicht. Ich bin nicht der Schlechteste. Oh. Scheiß Ding. Sag ich doch. Schön, dich zu sehen, Duke. So. Dildo, Dildo. Ist überhaupt ein Dildo? Bier, Bier. Hey, wie geht's? Hey, Duke. Lust auf eine Runde Airhockey? Hab doch schon. Boah, man muss summer cool sein, wenn er in so eine Bude gehört. Der Schuppen ist klasse. Jo. So, Dildo habe ich aber auch noch nicht gefunden. Oh Gott, ich weiß ja, dass ich professionell bleiben sollte. Aber würdest du auch mit einer Angestellten ausgehen? Ach, hier drehen. Ich habe ehrlich gesagt, und... Ich habe nicht zugehört, was die da gesagt hat. Jo. Hallo. So, Dildo. Öffnen. Bier, Bier, Bier. Ich will aber nicht besoffen sein. Geld? Schade, Kanz. Ich trinke doch mal ein Bier. So, wollen wir wieder schließen. Ja, hinterlassen Müll, Duke. Haben wir auch Cola da? Scheint nicht zu sein. So. Gibt es denn keine Ahnung, was ist eine Arbeitskleidung? Scheint wohl die Arbeitskleidung zu sein. Äh, okay. Okay. Locket. Okay. Durchkommen tut es jemand noch nicht. Wie ist denn der Kohl? Ich weiß ja, dass ich professionell bleiben sollte. Aber würdest du auch mit einer Angestellten ausgehen? Jo, gerne. Aber einer nach dem anderen, bitte. So, welchen Kohl brauche ich denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein... Ne, das geht gar nicht. Es geht nur vier Buchstaben. Locket. Hm. Geht immer noch nicht. Ich versuche hier gerade so ein schönes Bild zu machen. Geht immer noch nicht. Wir müssen den Kohl finden. Da müssen wir uns aber nochmal umschauen. Oh Gott, ich weiß ja, dass ich professionell bleiben sollte. Aber würdest du auch mit einer Angestellten ausgehen? Ja, aber wie? Vor allem, sag mir den Kohl für die Tür. Sofort. Sofort. So, ich... Da kommt nix raus. Ich will den Kohl haben. So, wo ist denn der Kohl? Von hier kommen wir. Wo ist der Kohl? Wo ist der Kohl? Wo ist der Mäusekot? Hä? Ah. Man kann dagegen laufen. Kann man das auch runterwerfen? Nein. So, das geht nicht auf. Steht hier irgendwas dran? Nicht lesbar, nicht lesbar. Was haben wir hier? Alien. Subclub Bild Oberufo-Crashzeit. Ui. Unter uns ist ein Wufo. Das ist los dont man dabei bringt. Anzeít den Kohl... Dann Ol Berd. Nein.